Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe gehört, was mit Tykes geschehen ist. Es tut mir leid. Er hat seine Wahl getroffen und ich die meine. Vielleicht hätte er mich töten sollen. Ich habe als Königin der Klingen Millionen abgeschlachtet. Das warst nicht du, Sarah. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und verschwinden von hier. Ich ziehe mich um und wir treffen uns in einer Stunde hier. Okay. Das klingt gut. Achtung! Liga-Streitkräfte in Sektor 3, 4 und 6. Sarah. Vollständige Evakuierung erforderlich. Nova hier. Beginnt die Suche. Findet Kerrigan. Team Bravo verstanden. Sarah! 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 Das Töten wird niemals enden. Solange Mengsk lebt. Ich werde ihn bösen lassen. Schluss damit. Reiß dich zusammen, Liebling. Team Bravo, meldet euch. Hört ihr mich, Bravo? Alle Einheiten zu Sektor 6. Los, los, los! Wir müssen los. Es ist lange her. Das ist wie Radfahren. Wie Radfahren. Jim, können Sie mich hören? Wir hören dich. Kerrigan, es freut mich, dass Sie am Leben sind. Wir sind von Ihnen abgeschnitten. Sie müssen sich durch das Labor zur Bahn kämpfen, um zu Jims Frachter zu gelangen. Alles klar, Junior. Wir kommen zurecht. Einsatzbereit. Roger. Ich bin bereit. Los geht's. Wir rücken aus. Da ist ein Marodeur. Ich setze ihn mit einer kinetischen Welle außer Gefecht. Gegner von rechts. Sicher. Verstanden. Es gibt Arbeit. In Bewegung. Wir rücken aus. Einsatzkommando der Liga. Helft uns, sie auszuschalten. Rücke vor. Roger. Verstanden. Roger. Gehe voran. Rücke vor. Rainer. Kerrigan. Diese erste Hilfestation wird euch heilen und einen Teil eurer Energie wiederherstellen. Viel Glück. Ich verschwinde von hier. Scheint, als ob dieses Teil keinen Saft mehr hat. Es gibt Arbeit. In Bewegung. Wir rücken aus. Verstanden. Verstanden. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Los. Wir rücken aus. Wir rücken aus. Weitere Einsatzkommandos der Liga. Schau hoch. Verstanden. Gehe voran. Brücke vor. Wo wollen denn die Umoyaner hin? Vergiss sie. Wir müssen weiter. In Bewegung. Es gibt Arbeit. Roger. In Bewegung. Sicher. Wir sind fast bei der Bahn angelangt. Sie wird uns direkt zum Shuttle-Hunger bringen. Der Korridor ist blockiert. Ihr müsst euch durch die Unterebene schlagen, um die Bahn zu erreichen. Gehe voran. Brücke vor. Es gibt Arbeit. Valerian, bitte melden. Der Hauptkorridor ist blockiert. Kannst du die Seitentür A12 öffnen? Ja, kann ich. Aber seien sie vorsichtig. Bei dem Angriff sind die Zerg aus ihren Käfigen entkommen. Ja, ich kann sie hier unten spüren. Aber ich denke nicht, dass ich sie wieder kontrollieren sollte. Darum werde ich dich nicht bitten. Wir kümmern uns darum. Die Tür öffnet sich in 3, 2, 1. Nicht so viele Zacklinge. Wir holen sie aus. Verstanden. In Bewegung. Es gibt Arbeit. Kerrigan. Meine Streitkräfte haben die Kontrolle über die Sicherheitszentrale übernommen. Wir riegeln dieses Labor jetzt ab. Tu uns allen einen Gefallen und ergib dich einfach. Sicher. Gehe voran. Sie versuchen uns einzuschließen. Komm schon, Schatz. Wir müssen es durch diese Türen schaffen. Aus. Gehe voran. Brücke vor. Roger. Es gibt Arbeit. In Bewegung. Sicher. Gehe voran. Das hier erinnert mich an früher. Ich habe mehr graue Strähnen im Haar. Und ich habe mehr Zerg im Haar. Genau. Wir haben es geschafft. In Bewegung. Es gibt Arbeit. Sicher. Weiter. Sie sind dabei, den Bereich zu versiegeln. Gehe voran. Wir rücken aus. Verstanden. Was für eine Sauerei hier unten. Wir haben zusammen schon Schlimmeres überstanden. Ziel erfasst. Kerrigan und Rainer identifiziert. Roger. Verstanden. Mein Gott, Sarah. Wie viele Zerglinge hast du erschaffen? Hm. Ja, vielleicht habe ich leicht übertrieben. Gehe vor. Gehe voran. Zerstör die Trümmer. Wir müssen die Tür erreichen. Es gibt Arbeit. Gehe voran. Gehe voran. Wir haben es geschafft. Überrascht dich das? Weiter. Es trennt sie nur noch eine Tür von der Bahnstation. In Bewegung. Sicher. Verstanden. Im nächsten Raum spüre ich eine deutliche Präsenz der Liga. Scheint mir ein harter Kampf zu werden. Sie halten da drin Zerg gefangen. Wir können diese Konsole benutzen, um sie zu befreien. Oder wir können damit die Gasverteidigung aktivieren. Was zum Teufel? Wer hat die Käfige geöffnet? Jetzt haben wir die Zerg am Hals. Besser als vorher. Los. In Bewegung. Roger. Wir rücken aus. Gehe voran. Verstanden. Rücke vor. Es gibt Arbeit. Gehe voran. Rücke vor. Sicher. Verstanden. Es gibt Arbeit. Es gibt Arbeit. Sicher. Wir haben es geschafft. Die Bahn fährt gleich los. Roger. Jim, wir sind auf dem Rückzug. Ich bin unterwegs zur Hyperion. Alles klar, Valerian. Sag Bescheid, wenn du auf der Brücke bist. Nur noch du und ich, Jim. Bewegung. Bewegung. Wir rücken aus. Die Liga ist in den Tunnel eingedrungen. In Bewegung. Roger. Okay. Gehe voran. Wir rücken aus. Brücke vor. Die Bahn wird schneller. Bleibt konzentriert, Jungs! Verstanden. Brücke vor. Es gibt Arbeit. Verstanden. Es gibt Arbeit. Sicher. Wir rücken aus. Verstanden. Sicher. Brücke weh. Wir sind raus aus dem Labor. Bis wir den Shuttle-Hanger erreichen, sitzen wir hier auf dem Präsentierteller. Gehe voran. Roger. In Bewegung. Sicher. Wir rücken aus. Es gibt Arbeit. In Bewegung. Brücke vor. Roger. Gehe voran. Wir rücken aus. Roger. Brücke vor. Wir rücken aus. Brücke vor. Verstanden. Ich kann den Hangar sehen. Wir sind fast da. Gehe voran. In Bewegung. Gehe voran. Ein Belagerungspanzer. Mit einer kinetischen Welle kann ich ihn ausschalten. Es gibt Arbeit. Sicher. Verstanden. Sicher. Verstanden. Sicher. Die Liga hat irgendeinen großen Kampfläufer in den Shuttle-Hanger geschickt. Bewegung. Wir müssen sie aufhalten, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Fast da. Lass uns den Jungs hier zum Hangar folgen. Was ist los? In Bewegung. Roger. Wir rücken aus. In Bewegung. Brücke vor. Roger. Brücke vor. Gehe voran. Es gibt Arbeit. Wir rücken aus. Erzengel in Position. Ich habe den Shuttle-Hanger gesichert. An alle Streitkräfte der Liga. Vorrücken. Jim, der Erzengel versperrt uns den Weg zum Shuttle. Jim! Verdammt. Sarah, ich finde einen anderen Weg zu dir. Beeil dich besser. Oder ich lege das Ding hier alleine rum. Brücke vor. Angriff wird ausgeführt. Verstanden. Es gibt Arbeit. Gehe voran. Ziel anvisiert. Schickt die Landekapseln. Wir rücken aus. Verstanden. Brücke vor. Es gibt Arbeit. Roger. Brücke vor. In Bewegung. Gehe voran. Sicher. Landekapseln im Anflug. Wir rücken aus. Sicher. Verstanden. Gehe voran. Es gibt Arbeit. Brücke vor. Hier bietet sich eine kinetische Welle an. Roger. In Bewegung. Es gibt Arbeit. Beeil dich, Jim. Ich glaube, es kommt noch eine weitere Welle. Sarah, ich komme nicht durch. Nimm mein Schiff und hau ab! Wir haben uns gerade erst wiedergefunden. Ich lasse dich nicht zurück. Rainer, Kerrigan. Ich bin auf der Hyperion. Wir nehmen Kurs auf den Treffpunkt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Kerrigan nimmt meinen Frachter. Ich brauche ein Taxi. Verstanden. Ich schicke Ihnen ein Team. Vermassel es nicht, Valerian. Kerrigan, wir sehen uns am Treffpunkt und... Es tut mir leid, dass ich nicht früh auf Sie gehört habe. Es ist zu spät für Entschuldigungen, Valerian. Jim, ich nehme dein Schiff, aber wenn du stirbst, bekommst du Ärger mit mir. Zur Kenntnis genommen. Jim, Verstärkung der Liga trifft ein. Die Hyperion steht unter schwerem Beschuss und mein Team kommt nicht zu Ihnen durch. Verstanden. Schaff die Hyperion zum Treffpunkt. Ich suche mir einen anderen Weg vom Planeten. Wir sehen uns dort. Nova. Sieh an, sieh an. Jim Rayner. Wenn du mir bei meinem Problem mit Tosh geholfen hättest, könnte ich ein Auge zudrücken und dich entkommen lassen. Aber du hast damals eine schlechte Wahl getroffen. Alles klar, Mädel. Dann zeig doch mal, was du drauf hast.